Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silver und hier geht es darum, dass ich tatsächlich mal unglaublich schüchtern war. Ich war vielleicht so zehn Jahre alt, als mein Vater glaubte, meine Schüchternheit irgendwie bekämpfen zu können, indem er mich mitnahm in ein kleines Kaufhaus. Also das muss man sich ganz anders vorstellen, als das heute war, aber da auf dem Land gab es trotzdem schon eine ganz große Auswahl. Und ich durfte mir auswählen, was ich wollte. Er würde es bezahlen, nur müsste ich es selber der Verkäuferin sagen. Es gab zwei Etagen. Ich habe zwar nicht mehr so im Detail die Erinnerung, aber ich weiß, dass da zum Beispiel auch Fahrräder standen. Und die hatten es mir wohl sehr, sehr angetan. Und ich bin da rumgeschlichen und Papi wartete unten und unterhielt sich da mit der Verkäuferin oder Ladenbesitzerin, keine Ahnung. Und ich bin mit hängenden Schultern rausgegangen und leeren Händen. Ich habe es nicht geschafft. Also so schüchtern war ich mal. Und jetzt ist ja generell mal die Frage, darf es nicht eigentlich auch schüchterne Menschen geben? Müssen alle Draufgänger sein? Ich finde, das muss gar nicht sein. Aber viele leiden ja unter ihrer Schüchternheit. Und ich kann jetzt mal von mir berichten, wie ich es eventuell ein Stück weit überwunden habe. Es mag sein. Ich weiß auch nicht, ob meine Eltern das ganz bewusst gemacht haben. Ich kann sie danach nicht mehr fragen. Es war damals so, dass man in der Kirche vorlesen musste. Oder es ging dann ab und an jemand nach vorne und las aus der Bibel vor. Und das musste ich auch. Oder ich wurde eben vom Pastor gefragt. Nicht meine Mutter fragte mich, sondern der Pastor fragte mich. Und da hatte ich ja gar nicht so die Chance, Nein zu sagen. Und ich weiß noch, dass ich das fast auswendig konnte. Da gab es ja so schwierige Namen für mich dann von Orten oder auch von Menschen oder so. Das war also ganz, ganz schlimm für mich. Ich weiß auch nicht, ob ich die Nacht vorher tatsächlich noch geschlafen habe. So ein großer Berg war das. Aber ich habe es dann gemacht. Und siehe da, es hat irgendwas gebracht. Und das merke ich auch heute. Wenn man sich mal meine Videos anguckt am Anfang, wo auch meine Kinder dann sagten, Mami, du kannst deutlich lockerer sein. Und ich auch sage, ich kann es noch nicht besser. Also ich habe damals auch schon mein Maximum an Lockerheit versucht drüber zu bringen. Aber es ging nicht. Und im Tun, im Es-Machen, im Immer-Wieder-Loslegen bringt das tatsächlich was. Also das stelle ich immer wieder fest. Und auch meine Tochter war im Kindergartenalter ein unglaublich schüchternes Kind. Das glaubt heute keiner mehr. Die ist heute eine Powerfrau, die jede Herausforderung annimmt. Aber damals hat sie sich immer mit dem zwei Jahre größeren Bruder verglichen. Und nein, das kann ich nicht. Und dies nicht. Und jenes nicht. Also da haben wir als Eltern natürlich auch versucht, ihr mehr Mut zuzusprechen und dieses und jenes mal auszuprobieren. Und es ist auch gelungen. Ich weiß, mein Ältester machte mal, ich weiß jetzt nicht mehr, ich meine, es wäre schon reichlich vorm Abitur gewesen in der Schule, so eine Art Test, Berufsfindungstest mag das gewesen sein. Und da stellte man fest, er sei recht introvertiert und gab ihm den Rat, als würde dir helfen, wenn du mal irgendwo verkaufen würdest. Oder wenn du mal irgendwie so etwas machen würdest, als Job annehmen würdest oder so, wo du das lernst. Also ich glaube, der zweite Rat war oder in eine Partei eintreten, da müsste man also auch sich produzieren. Aber er hat letzteres gewählt. Nein, ersteres gewählt, Entschuldigung. Also er hat in der Schulzeit da versucht, zum Geldverdienen im Verkauf da tätig zu sein. Und auch das hat geholfen. Also dieses, ja, nicht aufgeben, wenn es so ist, dass es einen wirklich belastet. Weil man denkt, oh, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Also kleine Schritte wagen und da versuchen weiterzukommen, um aus diesem Käfig rauszukommen. Denn sonst, denke ich, ist es ja eine Eigenschaft, die, glaube ich, jedenfalls auch ihre Berechtigung hat. Es darf durchaus schüchterne Menschen geben. Es müssen nicht alles die Hoppla, jetzt komme ich Menschen sein. Und entweder da auch zu lernen, ich stehe dazu und ich bin nicht der Mensch für ganz vorne im Rampenlicht. Aber es sollte nicht so sein, dass man sich wie in einem Käfig fühlt und da nicht rauskommt und denkt, das Leben dahinter ist viel schöner. Da möchte ich einfach Mut machen, durchaus mal kleine Schritte zu wagen und dann festzustellen, dass es vielleicht dann doch etwas besser läuft. Also ich bin heute nicht mehr schüchtern. Und zwar bei diesen Filmsachen, es kommen immer wieder neue Herausforderungen, wo man dann denkt, oh, das bin ich jetzt, glaube ich, doch nicht oder so. Und man lernt dann beim Tun, dass es doch gelingt. Und insofern drücke ich ganz doll die Daumen und sage Tschüss.